soja bube genau hier hatten wir einen cut reingemacht hierbei erst task force und wir machen jetzt hier weiter es geht spannend voran ich kann nicht ich trage verantwortung helfen sie mir einfach es ist kein leben vor dem gesetz zu fliehen dieser schatten wird dich für immer verfolgen kommen wir den hügel runter ich habe das teil hier noch nie benutzt und habe keine lust bis jetzt zu tun wir laufen weg gelaufen weg soja Junge! Sawa! Es ist vorbei, okay? Es gibt keinen Ausweg mehr. Geht nicht weiter, Junge. Ups. Verstehen Sie nicht? Die wollen mir die Todesstraße geben. Springst du, brichst du dir das Genick auf den Felsen oder ertrinkst. Das lasse ich nicht zu. Ist das in dein Ernst, oder? What the fuck, ey? Was geht hier ab, ey? Ist das der richtige Ort? Der ist nicht auf der Wanderkarte. Nein, ist schon gut. Danke. Ruh! 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 Auch nicht gefahren! Ach, nee. Leise! Oh Gott, Zoe. Hi Jay. Ich war mir nicht mehr sicher, ob du die Briefe bekommen hast. Einmal im Monat, seit März. Du weißt, dass dich das FBI immer noch sucht, ja? Wie hast du mich gefunden? Postamt. Ich hatte deine Postfachnummer. Die haben den Rest geregelt. Die Menschen hier sind... Nett. Ja, das sind sie. Du siehst so anders aus. Mir war klar, du bist erwachsen, aber... Für mich bist du immer noch das ängstliche Kind. Du siehst auch älter aus. Mehr als ich erwartet hatte. Tja, 14 Jahre in der Wildnis machen das mit allen. Hey, setz dich. Hab einen Stuhl auf der Veranda. Und ich verspreche dir, du brauchst auch kein Pfefferspray. Schöne. Danke. Das dachte ich auch. Hab's schon zu oft gesehen. Es ist so seltsam, dass du hier bist. Ich habe über dich und deine Familie so viel nachgedacht. Ja, ich weiß. Stand in den Briefen. Ich hab versucht, nicht an deine zu denken. Lief ziemlich laut. Kann ich mir vorstellen. Bis du geschrieben hast. Oh. Ich hab so viele Fragen. Über dein Leben und... Mach nur. Ich hab Zeit. Ich bin hier. An die Narbe erinnere ich mich gar nicht. Oh. Ich hab am Anfang viel erkundet. Bin mal über einen Bären gestolpert. Ich dachte, er wäre verletzt. Er war eine See und hatte Junge. Harte Lektion. Was von deiner Familie gehört? Nein. Mahat wurde das Land verlassen. Kein Plan, wohin. Tyler hatte kein Glück. Setzt in Arizona. Todestrakt. Mein Paar und ich haben uns geschrieben. Doch. Er meinte, es sei zu gefährlich. So ließen wir das. Und das war's. Jetzt bin ich allein. Was ist mit dem Mädchen, mit dem du weg bist? Vanessa? Ab und zu suche ich online nach ihr. Sie arbeitet an irgendeiner Serie mit. Sie hat sich gut gemacht. Hab überlegt, ihr zu schreiben. Aber ich weiß nicht. Wir haben uns verabschiedet. Vielleicht soll es so sein. Du weißt, dass die Welt dich für tot hielt, seit du von der Klippe gesprungen bist. Das war ich fast. Ich wurde beim Aufprall aus Wasser ohnrecht. Kein Plan, wie ich an Land kam. Der Ranger, den ich. Der mit mir fiel. Er hatte Pech. Ja. Der Teil war auch an den Nachrichten. Hm. In all den Jahren hatte ich nie jemanden erkannt. Manchmal war's knapp in der Stadt. Aber man ist sich nie sicher. Du fühlst nur die Blicke der Leute. Also geh ich nicht mehr weit weg. Nur in die Bibliothek, auf den Markt. Und das war's. Also, warum bist du hier, Zoe? Du hast gesagt, du wolltest reden. Ich hab gesagt, du sollst schreiben. Aber du bist... hierher gekommen. Wieso? Immer wieder seh ich dein Gesicht. In meinen Träumen. Auf der Straße. Und? Und ich wusste, wenn ich dir nicht in die Augen sehe... Kannst du nicht loslassen. Falls du reden möchtest... Ich verstehe das vielleicht besser als andere. Und ich kann gut zuhören. In dieser Nacht... Du hast mich nach oben gebracht. Der Strom fiel aus. Weißt du noch? Klar. Ich hatte genauso viel Angst wie du. Du hast gesagt, mach keinen Mucks. Und es fühlt sich so an, als würde ich seitdem die Luft anhalten. Aber eigentlich... will ich nur schreien... und niemals aufhören. Ich wollte nur, dass du still bist. Die Bullen kamen. Du solltest nicht verletzt werden. Ich weiß. Ich sagte nicht, dass es Sinn ergibt. Weißt du, was wir beide gemein haben? Wir haben beide viel durchgemacht. Und den Rest unseres Lebens versucht, nicht aufzugehen. Du und ich... Wir sind uns ziemlich ähnlich. In gewisser Weise. Jay, die... Diese Briefe. Warum jetzt? Ich sagte ja. Es gibt viel, über das ich nie gesprochen habe. Ich weiß, aber... Warum ich? Du hast gesagt, du siehst nachts mein Gesicht. Ich seh... Deins auch manchmal. Nach all den Jahren... Sollte man meinen, man vergisst. Aber... Das hab ich nie. Du hast mich sicher. Nach allem, was meine Familie dir angetan hat. Unschuldige sterben in dieser Nacht. Leute wie Joyce. Du hast meinen Dad erschossen. Vor meinen Augen. Ich wurde therapiert. Nahm Medikamente. Und dann kommen deine Briefe. Und... Sorry. Nichts, was ich sage, macht die Dinge ungeschehen. Und wenn ich sage, ich war jung und dumm, hab nicht erkannt, wie krank meine Familie war. Alles egal. Ich war 18 und hätte es besser wissen müssen. Aber das hab ich nicht. Und das tut mir leid. Du kannst nicht einfach... So simpel ist es nicht. Vielleicht nicht. Doch die Dinge, die ich getan hab. Die... Leute, die... Ich denke jeden Tag an sie. Dieser Cop im Wald. Der Park Ranger. Und du... Immer du. Lass das. Heuchle keine Betroffenheit. Wenn du mich im Gefängnis sehen willst. Auf dem Dach ist ein Signalverstärker. Ruf die Bullen. Ich laufe nicht weg. Es ist keine Freiheit, wenn man eine Lüge liebt. Ich wär sogar dankbar. Komm, Roosevelt. Gehen wir spazieren. Wir lasen's. Rache bringt auch nichts. Warte. In dieser Nacht hat deine Familie einen Haufen Scheiß gemacht. Aber ich weiß, du bist nicht schuld. Nicht nur. Aber du bist kein Teenager. Und ich kein Kind mehr. Wen auch immer es mal hasste. Du bist es nicht. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Was hast du gedacht? Dass ich, keine Ahnung, einen Dämon töten würde? Ich sollte los. Bevor der nächste Bus kommt. Keine Briefe mehr, okay? Ich muss mit der Sache abschließen. Ich verstehe. Pass auf dich auf. Das Ding an Dämonen ist. Man entkommt ihnen nicht. Du lernst sie hinter dir zu lassen. Das Licht zu sehen. Warum dürfen einige wachsen, sich ändern? Selbst wenn Wolken die Sonne vertreten. Wird sein Traum wirklich erfüllen? Warum überstehen manche von uns alles? Und andere rafft es einfach dahin. Ich kenne die Antworten nicht. Aber ich fliehe nicht mehr vor den Dämonen. Niemand jagt mich. Da war nie jemand. Ich habe über unser Gespräch neulich nachgedacht, wie man sich Dinge stellt und da gibt's etwas, das ich nie erzählt habe. Damals in Turok, äh, als ich vorschlug, die Touristenroute zu nehmen, dafür gab's nen Grund. Ich, äh, war schon mal dort. Alles, was danach kam. Das Motel, die ganze Sache. Das, das war alles mein Fehler. Bitte, du musst das nicht tun. Beruhig dich und mach es dir nicht so schwer, okay? Er kann's vorgenwissen. Alles in Turok. Oh, du. Ah! 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 Wow! Wow! Alter, scheiß die Wand an! Wow, was, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ich kann, ich kann einfach nicht mehr sagen. Ich bin begeistert. Wahnsinn! Was ein geiles Spiel. Ich bin echt am überlegen, ob ich das nochmal spielen werde für mich, um zu schauen, was passiert, wenn ich mich überall ein bisschen anders da entscheide. Vor allem, äh, die Szene dann am Schluss mit der Tussi, wo, äh, wo der Jay und diese Vanessa auf der Flucht sind. Was passiert, was passiert, wenn die zwei zusammenbleiben? Was passiert, wenn die zwei zusammenbleiben? Was passiert, wenn die zwei zusammenbleiben? Ich bin begeistert. 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 Das war gar nicht mal so übel. Also, ich habe mir echt gedacht, okay, irgendwann kommt es zum Showdown am Ende und, äh, die werden über den Haufen geschossen oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Also, so ist es natürlich auch nicht schlecht, also, äh, im Schluss bleibt mir eigentlich nur Sache, äh, grandios, genial, absolut, harter Tobak. Schon allein, wie das im ersten Video gleich so richtig abging, also, heftig über alles, also, kein Bläm-Bläm am Anfang. Und dann gleich voll drauf auf die zwölf und immer so spannend weiter und weiter und weiter und man hat echt das Gefühl gehabt, äh, dass es einfach nicht langweilig wird, das Spiel. Also, es hat immer, immer irgendwas gegeben, wo man gedacht hat, ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Aber, jetzt sind sie dran, was passiert und, äh, also, es ist unglaublich. Ich hoffe nur, dass ich euch mit diesem Let's Play eine kleine Freude gemacht habe. Also, wirklich, ich bin begeistert, also, wirklich, ich bin absolut begeistert. Also, das kann man fast sagen, äh, dass das ein Spiel war, wo bei mir unter die Top 3 gelangt. Also, unglaublich, also, es ist eigentlich nicht mit Worten zu beschreiben. Also, es sollte wirklich, ich kann nur jedem raten, dieses Spiel tatsächlich selber zu probieren. Vielleicht, wenn derjenige dann mein Let's Play hier gesehen hat, vielleicht auch nicht das zu nehmen, was ich genommen habe an Antworten, an, äh, Aktionen oder sonst irgendwas. Ich denke mal, das war so viel Entscheidung oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie viele Enden es gibt oder was alles noch passiert würde. Nehmen wir mal nur am Anfang zum Beispiel, ich glaube, im zweiten Video war es, wo der Vince die Knarre in der Hand gehabt hat und konnte den, äh, den ältesten Bruder von den Holtz Brothers abschießen. Was wäre passiert, wenn ich den abgeknallt hätte, zum Beispiel, also, das sind Fragen über Fragen, also, ich denke mal, ich werde dieses Spiel definitiv nochmal durchspielen. Aber ob ich das dann aufnehme, das ist natürlich eine andere Frage. Ich werde jetzt damit definitiv warten, so lange, bis die ganzen Videos draußen sind. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Ding nochmal durchspiele, mit komplett anderen Entscheidungen, dann schreibt es in die Kommentare, ich würde mich richtig freuen. Okay, so lange werde ich warten, also, dieses Spiel habe ich nicht selber gekauft, das habe ich von meinem Xbox den Konto, also, von daher, das geht bis März irgendwann, kann ich bis dahin alles durchspielen, was ich will und es kostet mich nichts. Also, finde ich geil. Von daher habe ich noch Zeit, dieses Spiel dann eventuell ein zweites Mal durchzuspielen, also, wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei den Macher von diesem Spiel, also, Wahnsinn, ich bin, ich bin absolut überzeugt davon, also, brutal, hammergeil, wirklich Wahnsinn, also, das Spiel, das hat schon fast einen Hollywood-Streifen verdient, also, Wahnsinn, brutal. Ich kann echt nichts anderes mehr zu sagen, also, ich habe zwar die ganzen Kommentare gelesen, was da als Leute eingeschrieben haben über das Spiel und dass die so brutal überzeugt waren und alle, also, der Ede hat hier hingeschrieben, starker Tobak und was, was, ich, was, alles. Die waren alle dermaßen überzeugt von dem Spiel, aber ich habe mir echt nicht gedacht, dass das so geil ist, also, Respekt, mein lieber Gesangsverein, also, Wow, ich bin begeistert, aber, wie gesagt, ich werde das definitiv wahrscheinlich nochmal spielen, ob ich es aufnehmen soll oder nicht, liegt an euch. Soll ich das aufnehmen, nachdem dieses Video dann live erschienen ist bei YouTube, das müsste so, ähm, keine Ahnung, ich kann es jetzt echt nicht sagen, wahrscheinlich so 9. oder 10. Januar oder sowas wäre das wahrscheinlich sein dann. Vielleicht auch ein bisschen später, ein bisschen früher, ich weiß es jetzt nicht auswendig, äh, schreibt es in die Kommentare, also, ich werde dann bis Ende Januar warten, oder beziehungsweise 1, 2 Tage danach. Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal reinsteigere und komplett andere Antworten nehme, dann lasst es mich wissen, ich werde euch den Gefallenen tun und werde es nochmals aufnehmen. Für das soll es jetzt gewesen sein, ich kann nur sagen, absolut brillant dieses Spiel, Wahnsinn, es hat einen Riesenspaß gemacht, also, richtig, richtig nice. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert, kann ich nur sagen, kann ich nur sagen, und, äh, wie gesagt, wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ich es nochmal durchspielen soll, es wird mich freuen. Ansonsten bedanke ich mich nochmals bei den Machern für dieses richtig geile Spiel und vor allem bei euch, die, dieses Let's Play von S.Task Falls. Hier mit mir erlebt haben, äh, zum Schluss bleibt nur noch sagen, herzlichen Dankeschön fürs Einschalten, und ich sag hier an dieser Stelle, Tschö mit dir, Tschö mit V, und bis zum nächsten Mal. Tschö mit V, und bis zum nächsten Mal.